Lektion 234 Ein Kurs in Wundern, Kreutow Verlag Vater, heute bin ich wieder dein Sohn. Heute wollen wir uns freuen auf die Zeit, wenn die Träume von Sünde und von Schuld vergangen sind. Und wir den heiligen Frieden erreicht haben, den wir nie verließen. Nur ein winzig kleiner Augenblick ist zwischen Ewigkeit und Zeitlosigkeit verstrichen. So kurz ist diese Spanne, dass es keine Unterbrechung in der Kontinuität gab, und auch keinen Bruch in den Gedanken, die auf ewig als Eins geeint sind. Nichts ist jemals geschehen, den Frieden Gottes, des Vaters und des Sohnes zu stören. Dies akzeptieren wir heute als gänzlich wahr. Wir danken dir, Vater, dass wir die Erinnerung an dich und an deine Liebe nicht verlieren können. Wir begreifen unsere Sicherheit und sagen Dank für all die Gaben, die du uns verliehen hast. Für all die liebevolle Hilfe, die wir empfangen haben. Für deine ewig währende Geduld und für das Wort, das du uns gegeben hast, das wir erlöst sind. Vater, heute bin ich wieder dein Sohn.